Es ist wieder soweit. Es gibt einen aufgebraucht und ich zeige euch meinen Müll. Das meiste habe ich hier in der Küche aufgebraucht. Kennt ihr ja schon. Und ich zeige jetzt noch alles und es gibt noch Top oder Flop. Also ich sage euch noch, wie wir das gefunden haben. Exquisite Kartoffelpüree mit Steinpilzen und Trüffel. Muss ich sagen, absoluter Flop leider. Das war hier vom Iggy, weil ich mag gar keinen Trüffel und hätte es mir auch nicht gekauft. Aber wir haben das angerührt und da waren wirklich, also Pilze 0,0 optisch sichtbar, also gar nicht. Und der Trüffelgeschmack, also ich mag hier auch keinen Trüffel, aber es hat so massiv nach chemischem Trüffelgeruch. Also sagen wir es mal so, wie es ist. Ozark mag eigentlich Trüffel, aber er mochte auch dieses Kartoffelpüree leider nicht. Deswegen auf jeden Fall ein Flop, das würden wir auch definitiv nicht nachkaufen. Oh, Chocorra Mandel. Ich habe Schokomuffins gebacken. Deswegen, ich habe gerade überlegt, wann ich diese Tafelschokolade aufgebraucht habe. Ja, und dafür habe ich drei Tafeln gebraucht. Es war sehr schokolastig, war so Triple Schok, war so ein Thermomix Rezept und sehr, sehr gut. Ja, ich mochte das jetzt mit den großen Mandelstücken. Oh, ja, hier von Bauern gut Hähnchenbrustfilet. Hat eigentlich 5,45 gekostet und war dann nach der Werbung reduziert auf 3,82. Und das habe ich aufgegessen. Also das war so Hähnchenfilet ummantelt mit Bacon. Und so richtig viel Bacon, ne. Da haben die nicht dran gespart und das war richtig lecker. Ich habe so eine Pfanne angebraten und dann nochmal durchziehen lassen, damit es durch ist. Oh, das war so zart und super lecker. Also das würde ich hier jederzeit wieder nachkaufen. Das war richtig gut, dieses Fleischpaket. Achso, Hupala, ja, ähm, wo war denn das? Das war hier auch reduziert auf 1,40 die Packung, die 200 Gramm. Ähm, das, ähm, das war eine Zusammensetzung. Der Name von, ist denn da, wo wir unsere Tour gemacht haben? Jedenfalls für 1,40 statt 2,79. Ich glaube, das ist 2,79, ich weiß nicht, ob das auch ein Wohnpreis, hier, Briesmann steht sogar drauf. Ja, aber verkauft haben, das ist für 1,40. Und tatsächlich sind noch 3, 4 Stücke da, das sind diese kleinen. Und ja, Mr. Tom, würde ich, ist mein absolutes Highlight, ne. Also liebe ich total. Also alles mit Erdnuss generell, aber Mr. Tom ist wirklich so ganz, ganz oben auf meiner, auf meiner Liste. Ich liebe dieses Zeug, das ist so lecker. So, hier war auch noch für die, für die Muffins. Und, ähm, Wasser. Also wir haben jetzt doch nur einen höheren Wasserverbrauch und es ist echt anstrengend, so viele Wasserflaschen die ganze Zeit zu kaufen. Also das ist echt, das artet wirklich in Arbeit aus, weil es, es ist hier auch schwer und man muss den Pfand wieder zurückbringen. Also ich finde schon für, für drei Leute jetzt, finde ich es mittlerweile ultra nervig. Ähm, ich trinke ja auch noch ein bisschen Wasser. Meistens trinke ich jetzt Quellwasser oder mache so Hälfte, Hälfte oder nur Quellwasser. Aber der Verbrauch ist trotzdem, äh, hoch. Und, ähm, hier, der war ja in Erwerbung, den hatten wir, weiß ich nicht, für einen Euro oder so gekauft gehabt. Mega gut, mega guter Käse. Hat auch diese Salzkristalle gehabt, weil es halt so ein älterer Käse ist, so gut gereift ist. Und, ja, das war richtig lecker, auf jeden Fall. Das würde ich jederzeit wieder kaufen, vor allen Dingen für den Preis. Also, da mehr Rahmen. Leute, unsere Vorräte, die schrumpfen. Bist du noch in einer, äh, in Vatis Wohnung? Ich wollte jetzt die Adresse sagen, aber ist ja auch Rorsch. Ähm, da war das ja sogar auf meinen Vorratsschränken drauf, ne? Weil wir so viel gekauft hatten davon. Und mittlerweile ist es quasi nur noch so vier ganze, äh, Pappkästen voll, Pappstiegen voll. Ähm, oder passen da fünf in den Schränk? Ich überlege gerade. Die ganze untere Reihe ist sozusagen noch voll. Aber wir haben da schon echt viel abgearbeitet. Und das ist natürlich kein geiles Essen, ne? Es hat 300, 400 Kalorien je nach Packung, ne? Manchmal macht man dann noch so ein Ei mit rein, dann ist es super lecker. Wenn man jetzt keine Lust hat zum Kochen, finde ich eine Portion davon, finde ich eigentlich mal richtig geil eigentlich, ne? Also dafür, dafür auf jeden Fall top. Ähm, Osock sagt, alle anderen Sorten schmecken nicht. Deswegen weiß ich auch nicht, wie die schmecken, weil er immer nur da mehr Rahmen braucht. So, dann haben wir eine, äh, Wasserhängematte. Und die liebe ich, liebe ich tatsächlich sehr. Also das ist absoluter Top. Das ist von Miss Muffin Make-up. Das hat sie uns geschenkt, erst mitbringen sie. Und, ja, ich habe sie benutzt. Osock hat sie benutzt. Iggy hat sie benutzt. Also wir lieben sie sehr. Ich hoffe, dass sie wirklich sehr, sehr lange hält. Ähm, ja, es ist so chillig und entspannter im Wasser zu liegen. Und ich finde es auch gut, dass der Körper halt hier im Wasser liegt und nicht komplett wie auf einer, auf einer Hängematte über, über Wasser. Also ich finde es richtig cool. Ähm, das macht mir sehr, sehr viel Freude, diese Wasserhängematte. Dann haben wir, äh, Blockhouse, äh, Ressourcenqualität. Okay, alles klar. Äh, Knoblauchbaguette. Ähm, wir haben gegrillt hier. Und, ja, das hat, äh, Iggy gesponsert. Wirklich? Also ich fand auch diese No-Name-Baguettes, ich finde, die sind teuer geworden oder nicht? War die nicht mal irgendwie so günstig, dass man sie immer mitgenommen hat? Aber sie kosten jetzt einfach 99 Cent. Und da ist der Unterschied zum Blockhouse, äh, zur Marke halt einfach gar nicht mehr so groß, dass man sich wirklich auch einfach... Also ich würde auf jeden Fall demnächst wieder... Also wenn wir das kaufen würden, ne, würde ich mich wieder für Blockhouse entscheiden. Auf jeden Fall. Das schmeckt so viel besser als die, ähm, No-Name-Variante. Und so, TK Wildeidelbeeren, die liebe ich auch sehr. Absolut, äh, Liebling einfach, ne. Hab auch viel Porrisch gegessen diesen Monat wieder. Und, ja, hab ich, äh, alle bekommen. Die ja Gott sei Dank in der Werbung beim Edeka geholt, die TK Wildeidelbeeren. Und ich hab noch ein paar Pakete im Kühlschrank, im Tiefkühlschrank. Und ich bin da sehr, sehr glücklich, äh, drüber, dass mein Vorrat noch so groß ist, bis es wieder, äh, in der Werbung ist. Weil das Produkt ist schon recht teuer. Aber jede einzelne Packung von diesen Blaubeeren ist einfach super süß und lecker. Jede schmeckt top. Und ich mag das auch, dass da keine, ähm, also bei Brombeeren oder Himbeeren hat man diese Kerne manchmal so drin. Und das mag ich nicht, mit meinen Zähnen. Und die haben halt, also die sind halt wirklich super lecker. Ja, ähm, wir haben viel gekocht. Wir haben auch viel Öl aufgebraucht, tatsächlich. Und, ähm, Karottensaft, auch sponsert beim Iggy, hat mir sehr gut geschmeckt. Also die gucken mich immer ein bisschen blöd an, wenn ich so Karottensaft trinke. Ganz ehrlich, ne, sie wollen auch nicht kosten, beide nicht. Aber ich find's sau lecker, so ein Karottensaft. Und ich hab ja auch einen Entsafter und hab das auch schon selbst gemacht. Aber meins ist so ein bisschen stückiger. Also ich müsste es nochmal durch den Sieb geben. Aber ich liebe das wirklich sehr. Das ist so geil. Also jetzt nicht täglich oder so, aber so ab und an. Schmeckt mir richtig gut. So, äh, Knoblauchpulver. Äh, haben wir drei hier einen sehr großen Verbrauch. Auf jeden Fall einen sehr, sehr hohen Verbrauch. Ähm, ähm, äh, Maki Hühnerbrühe. Von der, äh, von der Schweinefee. Also es ist jetzt, äh, bald alles alle. Haben wir auch, äh, verbraucht. Ich hab noch, äh, tiefgefroren. Selbstgemachte Gewürzpaste mit dem Thermomix. Ähm, das würde ich auch nicht mehr wieder kaufen. Also Marco sowieso nicht, kennt ihr uns ja. Aber haben wir jetzt aufgebraucht, war okay. Aber ich finde es selbstgemachte tatsächlich. Also es ist natürlich aufwendiger. Aber ohne E-Stoffe, ohne Salz, ohne Zucker. Finde ich auf jeden Fall besser. Würden wir danach dann, dann weiter verbrauchen. Die Gewürzpaste vom Thermomix. Ich hatte die ja auch mal verschenkt. Und die ist auch sehr gut angekommen. Und hat echt eine ewig lange Haltbarkeit auch. Ich hab's trotzdem eingefroren, um sicher zu gehen. Weil ich ein Glas noch hab. Aber würde sich wahrscheinlich auch im Kühlschrank geschlossen halten. So, wir haben Mövenpick, äh, Crema Authentico. Der Kaffeekonsum ist nicht gesunken. Bei uns. Ich bin da ein bisschen wählerischer beim Kaffee. Aber Osak liebt alle, alle Kaffeesorten, glaube ich. Und wir holen immer, das ist jetzt die 3er Intensität. Also wir holen meistens Intensität 2. Das reicht uns. So richtig starken Kaffee mag ich auf jeden Fall nicht. Aber, ja, das ist hier meine aufgebrauchte Kutte. Kaffee aber immer nur in der Werbung kaufen. Ja, das ist sonst einfach zu teuer. Nudeln haben wir auch sehr viele aufgebaut. Wie gesagt, ich war diesen Monat auch echt richtig fleißig am Kochen immer. Wir haben ja jetzt auch Sachen aus dem Garten. Und ich liebe das. Also jetzt werden gerade die ersten Tomaten reif. Erbsen kann ich immer mal wieder abmopsen. Und Erdbeeren kann man immer naschen im Garten. Das ist natürlich noch nicht Selbstversorger-Style, sondern ganz wenig natürlich von der Menge her. Aber feiern wir sehr. Und gestern gab es zum Beispiel ein Curry-Reis bei uns. Und ich hatte Zucchini aus dem eigenen Garten und Erbsen aus dem eigenen Garten dazu gemacht. Und das, also ich fand es sehr, sehr lecker. Ja, also Nudeln haben wir hier auch aufgebraucht. Und genau, ich mache das alles hier unten in den Mülleimer. Wir sortieren das später. Sonst sind die Kommentare wieder voll davon, was ich hier alles falsch sortiert habe. Weizenmehl. Wir haben auch viel gebacken natürlich. Zweiter Karottensack. Ich glaube, ich hatte drei diesen Monat insgesamt. Tatsächlich. So, wer viel kocht, muss auch viel waschen mit der Spülmaschine. Und ich glaube, die mochte ich, weil man die nicht extra auspacken musste. Das dauert immer nur eine Sekunde, ne? Mit einmal aufreißen und zum Müll laufen. Aber ich finde die, die sich selbst auflösen, die finde ich halt viel, viel praktischer. Ja, also wenn es diese selbstauflösenden waren, dann war es top. Ja, jetzt ist es soweit. Also, das ist von meiner Nudelmaschine, als die Gäste hier waren. Da wollte ich Nudeln machen und, oder war es danach. Jedenfalls, es wurde schon mal repariert und es hatte dann gehalten. Aber jetzt ist es wieder abgebröselt. Also, ja, jetzt kann man sie nicht mehr, ich weiß nicht, ob man das den Deckel nachkaufen kann oder so, aber jetzt wird sie entsorgt. Ich wollte ja auch nur die alte ausprobieren, weil ich die neue noch nicht ausgetestet hatte und mich da erst mal reinfinden wollte. Und dann habe ich die neue Nudelmaschine benutzt. Also, vielen, vielen Dank dafür nochmal. Ich wusste ja, dass ich sie von Anfang an liebe, aber die neue, die ist so viel besser, dass ich die hier nie wieder benutzen würde. Also, die Teile von der Maschine waren viel, viel besser, aber auch, also alles war einfach viel. Also, es war den Aufpreis auf jeden Fall wert. Und sozusagen, wenn ihr eine Nudelmaschine kauft, dann... Was war das für eine Marke Philips? Äh, ich muss mal kurz gucken, ich weiß es gerade nicht, ich habe die anderen Seite, ich muss schon drüber schauen. Nee, hier steht nix, hier ist die Rückseite. Achso, hier steht... Aber jetzt muss ich von unten aufrufen, dann kann ich es dir sagen, aber... Entschuldigung, ich dachte, das wäre jetzt ein Blick nur für dich. Nee, hier steht Auto Weight, also automatisches Wiegen steht hier noch mit drauf. Ja, 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 ja. Aber das hat die einfache vom Lidl auch gemacht. Eine Philips Nudelmaker. Ja. Nudelmaker HR 2382. Genau, es gibt ja das zum Selbstkorbeln für 15 Euro bis 50 Euro. Die Preise schwanken, ist aber alles das gleiche Gerät, das ist Müll. Und dann haben wir ja diese Lidlmaschine gehabt und die war in Ordnung, konnte man nutzen. Aber jetzt, wo ich die Philips benutzt habe, ist es so viel besser und einfacher und kommt auch besser raus. Also, ja. Machen wir weiter. Kautabletten. Das war ein Flop auf jeden Fall. Ozok mochte das nicht. Er hat sie aufgebraucht. Ich weiß gar nicht, wovon wir sie haben. Aber er mochte diesen Geschmack nicht von dieser Kautablette. Also er mochte dieses Gefühl nicht im Mund. Er hat es aufgebraucht. Und würden wir auch nicht nachkaufen. Grundsätzlich sind wir ja schon ein Fan von Nahrungsergänzungsmitteln. Also sie ersetzen natürlich keine vollwertige, ausgewogene Ernährung. Aber so viel ist das gute Gefühl, dass man mal so eine Browser-Tablette oder Vitamine oder Mineralstoff- Mineraltablette genommen hat. Dafür nehmen wir das ganz gerne. Kaffee-Konsum. Räuche ich hier, glaube ich, nichts mehr sagen. Ach so, schaut mal. Guck ich es in Creme. Schweineteuer auf jeden Fall. Für 10 so kleine Dinge. Aber richtig lecker. Also die mochte ich sehr, würde ich aber nicht nachkaufen. Weil viel teuer auf jeden Fall. Allzwecktücher. Ja, waren wir mal weg. Sind wir jetzt wieder voll dabei. Ist schon praktisch. Also spart auch nur eine Sekunde. Weil Lappen feucht machen mit Spüli ist jetzt auch nicht so die Tätigkeit. Aber das geht halt schneller. Was soll man dazu sagen? Pizza-Liebe. Auch mega. Top. Zweimal Öl. Okay. Okay. Ich nehme immer nur so minimal fürs Braten. Aber Osock hier. Der kippt manchmal. Der frittiert quasi. Ach so, hier kein Klassik-Baguette. Aber Flop auf jeden Fall. Auch für den Preis. So. Fleischermeister-Familientopf-Linseneintopf. Sieht aus wie schon mal gegessen. Aber wir haben Pimtmal-Linseneintopf gemacht. Vom IGNOCH haben wir oft gebraucht. Und ich muss sagen, das war noch so total säuerlich-bitterlich. Aber wir haben dann Sahne reingemacht und dann konnte man es essen. Aber diesen Fertiggeschmack-Gesemalz nicht so geil. Würden wir auch nicht nachkaufen. Flop auf jeden Fall. Kürbiskern-Fol-Epi. Mega leckerer Käse. Liebe ich sehr mit diesem Kürbiskern. Finde ich voll geil. Und wir hatten drei, vier Packungen davon. Und dann Hartweizen-Gesemalz für Nudeln. Mega gut. Auf jeden Fall. Habe ich noch einen kleinen Vorrat. Habe ich hier so eine ganze Stiege gekauft. Ja. Finde ich mir voll gut damit. Und. Achso. Hier ist noch Liebstöckel-Blätter. Achso. Ich habe mal wieder umgetopft gehabt. Liebstöckel habe ich hoffentlich nächstes Jahr in meinem Garten drin. Da freue ich mich sehr. Und Safran-Fäden hatten wir hier auch so eine ganze kleine Stiege gehabt. Vom Iggy. Und. Ja. Das machen wir gerne in unseren Reis rein. Das schmeckt sehr, sehr geil. Ja. Nudelmaschine. Leider. Leider, leider. So. Dann. Salami. War das meine Walnuss-Salami? Das ist das Pfeffersalami. Auf jeden Fall flop für mich. Das ist viel zu pfeffrig. Hirtenkäse. Top. Lieben wir sehr. Haben wir auch Gurkensalat gemacht. Und mögen wir alle. Haben wir Pfälzer Leberwurst. Hatte ich jetzt bei unserem Besuch gekauft. Und konnten wir jetzt auch alle mit überzeugen, dass die wirklich ganz gut ist. Also das ist diese graue Leberwurst. Weil die kein Nitrit-Pökel-Salz drin hat und umgerötet worden ist. Und noch so eine Ursprungsrezeptur hat. Pfälzer Leberwurst. Mega guter Geschmack. Auf jeden Fall. Und ja. Wir haben hier Proteinshake in vegan. Flop auf jeden Fall. Weil Schoko ist nicht Schoko genug. So wie man es gerne hätte. Und die veganen, die schmecken auch ein bisschen grünliger als die normalen, ehrlich gesagt. Wir hatten jetzt angefangen, ein paar Mahlzeiten mal Osock und ich mit einem Shake zu ersetzen. Also vor allem ich. Also Osock hat es vorgeschlagen, aber ich habe es ein bisschen durchgezogen. Und dann haben wir es auch wieder sein lassen. Aber wir haben sehr viele Eiweiß-Shake-Vorräte noch. Und das muss auf jeden Fall auch mal aufgebraucht werden, weil die sind schon alt. So. Dann haben wir hier von Südzucker Vanillezucker. Und den habe ich in irgendeinen Kuchen mit reingebracht. Ich halte davon nichts. Aber das war ich vom IG noch. Und das haben wir jetzt aufgebraucht gehabt, sozusagen. Ich habe hier echte Vanillestangen, die ich immer in meine Zuckerdose stecke. Und das reicht dann aber für die nächsten fünf Jahre. Da hat man immer Vanillezucker. Also würde ich nicht kaufen. Aber wenn man es nicht selber machen möchte. Ich weiß nicht. Ich finde es auch zu teuer dafür. Es lieber. Und noch mehr Wasser. Achso. Und hier haben wir Stickern. Floppe auf jeden Fall für das Set von Temo, dass der Faden nicht gereicht hat. Aber top auf jeden Fall, dass man hier 100 Farben nachkaufen kann bei Amazon. Also es ist schon für ein bisschen Garn schon recht teuer, ehrlich gesagt. Aber ich konnte mein Projekt vollenden. Es ist vollendet. Es ist auch gewaschen. Es sieht gut aus. Es liegt in irgendeiner Ecke. Also ja. Aber das Projekt ist beendet. Deswegen hier Set auf jeden Fall. Top Preis. Flop. Aber toll, dass ich mein Projekt beenden konnte. Das ist ja sonst ärgerlich. Wenn man so ein Strickbild hat und es nicht beenden kann. Das ist schon. Das zerstört den inneren Mund. Das macht einen nicht glücklich. Essigreiniger. Ja. Nehmen wir zum Putzen. Und lieben wir nach wie vor für alle Oberflächen und für die Waschmaschine Mandeln. Ich hatte Bienenstich gebacken und ich fand den so lecker. Es war ja ein Blech und der Rest ist noch eingefroren. Wir können das noch auftauen sozusagen und noch essen. Aber mega gut. Eigentlich nicht mit ganzen Mandeln. Ich hatte dann so Stücke geschnitten mit einem Messer. Sondern Mandelplättchen. Ich kaufe aber ja nur noch Gansennüsse. Und trotzdem lecker. Auf jeden Fall. Und Bullseye Honey. Ich merke Barbecue Soße. Ich finde den Geschmack irgendwie nicht so geil. Aber die schmeckt hier echt richtig gut. Also die mögen alle drei die Sorte. Achso. Noch mehr Felser Leberwurst. Und achso. Hier sind noch Holznopsis von meinen Schildern. Mal gucken. Die hängen jetzt draußen die meisten Schilder. Wie die so die ersten Regenphasen überleben. Ja. Wie die so den Winter überleben. Ob man es denn noch lesen kann oder nicht. Aber war ganz fleißig. Ich habe das gemacht. War da ganz happy mit. Noch mehr Knoblauch. Natürlich. Und Lavera Naturkosmetik. Zahnpasta habe ich auch wieder aufgebaut. Waren alle meine Zahnpasta Vorräte. Sind jetzt alle alle. Ja. Wollte ich nachkaufen bei Kaufmann. Und sie haben den Preis ja schon wieder erhöht. Über drei Euro. Diese kleine Trube. Und letztes Mal war es wieder ausverkauft. Dann habe ich eine ganz normale Kräuterzahnpasta genommen. Ja. Weil ich eine neue brauchte. Und die ausverkauft war. Naja. Okay. So viel dazu. Das war mein ganzes Aufgebrauch. Jetzt hier vom letzten Monat. War eine richtig große Tüte auf jeden Fall geworden. Ja. Es ist schönes Wetter draußen. Ich gehe gleich in den Pool. Ich weiß nicht was ihr macht. Aber ich werde es noch schneiden. Und hochladen. Und dann werde ich immer im Pool gehen. Und mein Leben einfach genießen. Ich finde es so cool. Hier. Hier. In meine Hängematte. Ja. Ich beende das Video euch an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Abonnieren. Es kostenlos. Ich freue mich drüber. Osak freut sich drüber. Egi freut sich drüber. Wir freuen uns noch mehr darüber. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin. Ciao. Ciao.